Herzlich Willkommen bei Carmenanda ganzheitlich. Ich muss mich wieder in einen Mantel hüllen, da ich heute nochmals ein paar Dinge sagen möchte, die mir auf dem Herzen liegen. Und eigentlich sind das Dinge, die ich hier auf YouTube gar nicht sagen darf. Aber ich muss dazu sagen, wenn ich mich in diesen dicken Mantel hier hülle, hülle ich mich nicht in den Mantel des Schweigens. Ich hülle mich auch nicht in den Mantel des Vergessens. Eher würde ich sagen, dass der Mantel der Nächstenliebe, den ich ausbreiten möchte, über meine lieben Nächsten, er diesen Mantel hier beschreiben möge. Und auch wenn manche Leute denken, so wie es Goethe Faust sagte, habe nun, ach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen, da stehe ich nun, ich armer Tor und bin so klug, als wie zuvor. So geht es wahrscheinlich vielen in diesen Zeiten, wahrscheinlich auch vielen Ärzten, die gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen, weil die Leute immer kränker werden. Ja, Faust, Verzweiflung über die Begrenztheit menschlichen Wissens und seine Sehnsucht nach dem tieferen Verständnis und der Erfüllung. Ja, in solchen Zeiten leben wir tatsächlich und nicht jeder kann so einen dicken Mantel anziehen oder sollen wir vielleicht den Mantel des Geheimnisses anziehen und über etwas ausbreiten und viele ziehen sich den Mantel des Stolzes an und das ist sicherlich auch nicht der richtige Weg. Denn, wenn wir das vergleichen in den Zeiten, in denen wir es gerade leben, zum Beispiel mit Zeiten von vor vielleicht 400 bis 500 Jahren, als die Pest sich ausbreitete über die Lande und die Leute dahin raffte in Epidemien. Ganze Landstriche waren hier dann quasi gesäumt von Toten, die der Pest erlagen. Aber da kam auch noch die Syphylitis dazu, dann die Ruhr, die Cholera, die Tuberkulose und so weiter. Da wurde bakterielle Erkrankungen, die man heute ganz leicht behandeln kann mit einem Antibiotikum. Damals wusste man nicht, was Sache ist und die Ärzte behandelten unter anderem mit Aderlessen, bis die Leute komplett blutarm waren oder noch Entzündungen durch die Aderlessen bekamen und eine Sepsis und daran gestorben sind. Oder sie sind mit Quecksilber behandelt worden. Und das kann man so vielleicht so ein bisschen analog sehen zur heutigen Zeit. Jedenfalls das mit dem Nichtwissen wiederum und mit dem Behandeln, mit dem Quecksilber. Mehr sage ich jetzt hierzu nicht. Da soll sich bitte der intelligente Zuhörer und Zuschauer oder die intelligente Zuhörerin oder Zuschauerin ihre eigenen Gedanken drüber machen. Ich möchte mich lieber in den Mantel der Würde hüllen, denn ich hänge meinen Mantel nicht nach dem Wind. Und wenn wir das wiederum machen, dann darf ich ein Zitat hier nennen und ich werde es versuchen auf Englisch aufzusagen, obwohl mein Englisch nicht so gut ist, von Jack London. The proper function of man is to live, not to exist. I shall not waste my days in trying to prolong them. I shall use my time. Also das übersetze ich jetzt nochmals sinngemäß. Die Aufgabe des Menschen ist es zu leben, nicht nur zu existieren. Ich werde meine Tage nicht damit verschwenden, sie zu verlängern. Ich werde meine Zeit nutzen. Und mit diesem Slogan gehe ich durchs Leben, nur um meine Zeit zu nutzen. Und meine Zeit zu nutzen bedeutet, euch wiederum Dinge zu erzählen, mit denen ihr gesünder werden könnt. Und wenn ich das hier nicht kann, wo kann ich es denn dann? Und wenn ich hier über Immunschwäche spreche, über Zytokinstürme, über überschießende Immunreaktionen, über Entzündungsprozesse, wo kein Mensch weiß, woher sie kommen, über irgendwelche zirkulierenden Proteine im Körper, die vielleicht auch mal mit S beginnen können und über toxische Kombinationen, die auch mit Lipopulosacharid-Keimen, also LPS-Keimen im Darm und weiteren Proteinen zu tun haben können, was zu extrem verstärkenden Entzündungsreaktionen und auch sogar zu Organschäden führen kann. Aber auch spezifischere Symptome mit Folgeerkrankungen, die zu neurodegenerativen Erkrankungen, zu vaskulären Demenz oder auch Parkinson-MS führen können. Und auch, wie gesagt, Autoimmunitäten und Immunschwächen, da wo das Immunsystem dann gar nicht mehr so richtig funktionieren kann. Trombosen und Gefäßprobleme. Und ja, wie machen wir denn das dann? Wie schützen wir denn unser Gehirn, dass wir nicht noch mehr verblöden? Wie behandeln wir denn unsere Nerven, unsere Gefäße und so weiter? Da gibt es viele Tricks und Tipps. Und zwar sehr viele, die auch wirklich funktionieren. Da muss man dann allerdings schon relativ tief in die Trickkiste der Medizin greifen, auch der Diagnostik und der Therapie. Und da sind natürlich auch ein paar Medikamente dabei, die vielleicht sogar gar keine Zulassung für dies oder jenes haben. Da darf ich mal irgendwelche Medikamente nennen, wie zum Beispiel Maraviroc. Das ist ein sehr, sehr teures Medikament. Oder Aziclovir. Das ist auch ein nicht ganz so teures Medikament. Und ja, für was ist denn das jetzt? Da muss man sich natürlich als Mediziner gut auskennen. Und das sind Dinge, die können wir hier natürlich nicht sagen. Deswegen haben wir eben eine Akademie gegründet, dass ich auch das Wissen weitergeben kann. Natürlich immer nur beispielhaft, weil es Lehrvideos sind, die was erklären. Und dann kann man sich einen Arzt oder Heilpraktiker suchen und das mit dem dann besprechen. Auf jeden Fall ist es zur Aufklärung da, dass ihr wisst, was getan werden kann, wie etwas getan werden kann, dass ich mich, wie gesagt, nicht in den Mantel des Schweigens hüllen muss und auch nicht in den Mantel des Vergessens, sondern auch den Mantel der Nächstenliebe über euch breiten darf. Und das würde ich eben gern und den Mantel des Mitgefühls. Und nach dem Wind hängen wir unsere Mäntel bitte nicht. Und diese Akademie zum Beispiel, da habe ich die Möglichkeit, etwas offener zu sprechen und auch direkt Kontakt mit euch aufzunehmen in Live-Zoom-Meetings und auch in Webinaren und so weiter. Da könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr möchtet. Ich zeige das euch auch mal hier kurz. Ich werde das mal aufschlagen. Eine Sekunde. Hier ist unsere Internetseite. Wenn ihr hier jetzt noch schaut, dann seht ihr hier Akademie. Und da könnt ihr mal gucken. Wir haben ein paar Bewertungen. Das sind wirklich echte Bewertungen. Die sind nicht erfunden. Und hier könnt ihr schauen, was euch erwartet in der Akademie. Und da gibt es eine Silber- und eine Gold-Akademie. Ihr könnt es hier mal durchlesen. Wir haben wirklich sehr günstige Preise zur Zeit. Bis zum 11. November diesen Jahres. Bis zum 11.11. Und danach gelten die normalen Preise. Also überlegt es euch wirklich, ob ihr nicht Lust habt, bei uns eben hier mitzumachen. Schaut es euch an. Lest euch die Kommentare hier von unseren Mitgliedern durch. Ihr kriegt hier diese ganzen Videos. Das sind Hunderte von Lehrvideos und von Live-Mitschnitten etc. pp. Lebenslang. Ihr fliegt da nicht nach einem Jahr wieder raus. Das muss man hier auch mal ganz deutlich sagen. Dafür ist der Preis völlig in Ordnung. Und dann kann ich euch helfen. So, und jetzt, da ich jetzt mal nochmal ganz normal spreche, schaue ich jetzt auch nochmal ganz kurz in die Kamera rein, aber nur ganz kurz. Und ich möchte hier nochmal ganz deutlich sagen, um was es hier geht. Es geht um die Medizin. Es geht um unser Leben. Es geht um unsere Gesundheit. Und die Aufgabe des Menschen ist es zu leben und nicht nur zu existieren. Und ich werde meine Tage nicht damit verschwenden, sie zu verlängern. Ich werde meine Zeit nutzen. Und das ist ein wunderschöner Satz. Und diesem sollten wir folgen und nehmen unseren Mut in die Hand und gründen Gemeinschaften und Communities. Und das ist dann der richtige Weg. Jedenfalls in meinen Augen. Ganz liebe Grüße an euch. Ich habe euch alle Infos unten verlinkt. Auch einen Gratis-Kurs über das Immunsystem. Den könnt ihr komplett gratis nochmals anschauen von mir. Und ich wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß und ganz viel Gesundheit von Herzen.